Wenn eine Firma das 60-jährige Bestandsjubiläum geschafft hat, dann wird so richtig gefeiert. Schauplatz der Jubiläumsfeier ist die Rechtsanwaltskanzlei Engin Dennis. Das neue Büro wurde zur Partylocation und über 200 Gäste sind gekommen, um mit der Kanzlei gemeinsam zu feiern. Alles stand unter dem Motto Wiener Fest. Wir sind eine Wiener Kanzlei mit einer Wiener Tradition. Das wird vermittelt mit entsprechenden typischen Wiener Dingen, wie der Wiener Würstelstand, die Wiener Mannerschnitten, Himbeerkracherl, Otterkringer, Ackerbrot. Und das Wiener Zieh, die Liebe fürs Wiener Ziehenshaus. Also diese Begeisterung, die natürlich auch mit der Wertentwicklung, aber auch mit den Äußerlichkeiten, mit der Architektur, mit dem Flair zu tun hat. Die Gäste sind von dem Fest begeistert. Noch mehr Begeisterung gibt es für die Kanzlei. Die vielen Klienten schätzen das Engagement der Rechtsanwälte für Immobilienrecht. Die Zusammenarbeit ist schnell, unproblematisch, unkompliziert, nicht immer günstig, aber immer freundlich mit einem Lächeln und auch wenn es am Wochenende eine E-Mail kommt, wird sie auch prompt beantwortet. Was ich sehr schätze, ist, dass das nicht nur Juristen sind, sondern wirklich Menschen. Ich habe sämtliche Juristen schon kennengelernt und mittlerweile hat sich da nicht nur eine Berufsbeziehung, sondern echt Freundschaft entwickelt mit so manchen von den Juristen und Partnern und das ist das Schöne an dieser Kanzlei. Es ist einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe, es macht Spaß, es ist kompetent auf die Immobilienbranche zugeschnitten und es passt einfach. Wir sind glücklich. Ja, sehr unkompliziert, einfach, sehr kompetent. Sie gehen auf unsere Mitarbeiter zu und damit kommen wir immer sehr rasch zu einem guten Ergebnis. Dass sie eigentlich auf unsere Kunden prinzipiell eingehen und oft ist es so bei anderen oder generell bei Anwälten, die ja oft ein Dealbreaker sind, aber bei der Kanzlei ist zielorientiert und lösungsorientiert und servicieren unsere Kunden sehr schnell. Sehr flexibel, sehr rasch, sehr kompetent auch den Kunden gegenüber. Einfach so wie man es sich wünscht. Natürlich die Kompetenz, die raschen Reaktionszeiten und auch die Menschlichkeit. Also es ist eine Person, die dahinter steckt, der Dr. Reimitz dann und keine Nummer, dann keine Großkanzlei. Bereits in der dritten Generation wird diese Kanzlei erfolgreich geführt. Vor allem Tradition und Vertrauen werden hier groß geschrieben. Vertrauen ist doch einer oder ist der Kit, der uns zusammenhält, auch nicht im privaten Leben, sondern auch im Berufsleben und deswegen ist es auch ein wunderschönes Thema, denke ich. Mir scheint, dass das Vertrauen unabdingbar ist in dieser Branche. Es geht ja doch auch um ein beachtliches Kapital, was sozusagen zur Sache steht und da bedarf es einfach ein großes Maß an Vertrauen und wenn das nicht gegeben ist, dann wird es sehr schwierig sein, hier zusammenzufinden. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man mit einem Anwalt überhaupt spricht, dass man ein Vertrauen zu ihm hat. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind in einem sehr traditionellen Umfeld, insbesondere in Wien. Wir haben ganz tolle alte Zinshäuser und da passt dieses Wissen, das die Kanzlei mit sich bringt und uns anbietet, hervorragend. Ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dieses tiefe Verdauen. Tradition und Vertrauen ist das eine, aber genauso wichtig ist auch der Blick in die Zukunft und das, glaube ich, ist in dem Haus sehr gut abgebildet. Mit vier Partnern und mehr als zehn Juristen soll das Unternehmen auch die nächsten 60 Jahre so erfolgreich weitergeführt werden. Also das war schon auch bei unserem Gründer so. Dr. Gerd Engel Dennis hat eine besondere Kreativität und eine besondere Nachhaltigkeit beim Einsatz, eine Vielfalt und eine Qualität gehabt. Und diese Grundsätze versuchen wir nach wie vor umzusetzen. Dass es so wie die letzten Jahre weitergeht, gute Zusammenarbeit mit den Klienten, Wachstum und einfach Freude und Spaß an der Arbeit. Also wir wollen die erste Adresse für Immobilienrechte in Österreich bleiben. Die Rechtsanwälte von Engel Dennis können auf zahlreiche Erfolge und Anerkennungen zurückgreifen. Dr. Christian Reimitz wurde unter anderem als bester Rechtsanwalt im Bereich Immobilien in Österreich gewertet.